Ein Geschäfts-Essen. Ah, Madame Gardella, da sie da, jo. Dann Herr Petri hat ein bisschen Verspätung. Kein Problem, da warten wir noch ein bisschen. Die schafft also Lohai an einem Litzebüscher Büro. Wer gefällt er neu ab, jetzt dann? Da ist er nicht so neu. Schon der Zell ist schon in Italien gemacht. Mit Kollegen und Klientel sind viel mehr international. Da hat das immens flott. Jo, da das war. Und die Sprache-Kentnisse helfen jetzt auch viel. Jo, endlich kann ich die Sprachen, die ich gelehrt und auch gebrauchen. Denn Herr Petri hat mir ein Lohr-Rendez-Vouhund mit seinem neuen Klient. Er hat lange in China gelebt, in Schweden auch Chinesisch. Oh, Chinesisch-Kentnisse fehlen mir noch. Sie hat mir Herr Petri schon begonnen? Nein, noch nicht. Sie werden gesehen, er ist ganz interessant. Er ist wirklich ein wichtiger Klient für eine Firma. Ah, Dorsseu, ja. Bonjour Herr Petri. Da will ich mich feststellen. Da lasse Madame Gardella.